Hallo Leute, hier ist Patrick. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich dieses Video jetzt nennen werde, weil eigentlich ist es nur ein Video, wo ich euch wieder einen ziemlichen Standard-Link zeigen werde, weil ihr die zu mögen scheint. Ja, und das Interessante ist, diese Licks sind häufig, nicht zwingend, aber häufig in, was ich einen Akkordsong nennen würde, zu finden. Das sind einfach Songs, in denen der Akkord nicht wechselt. Wenn ihr jetzt keine Vorstellung davon habt, was ich meine, hört euch Muddy Waters' an, das sind typische Ein-Akkord-Songs. Ich muss vielleicht meinen Freund John Morris fragen, dass er seine Gitarre rausholt und demonstriert, was es bedeutet, wenn ich sage, dass der Akkord sich nicht ändert. Okay, also der Lick ist... Okay. Also wir fangen an bei normalerweise würde ich sagen zwei Zug, aber ihr wisst, dass zwei Zug und drei Blas dieselbe Note sind und das ist ehrlich gesagt einer der wenigen Fälle, wo ich sagen würde, fangt bei drei Blas an. Weil in diesem Fall müsst ihr die Luftrichtung nicht ändern und das ist meistens von Vorteil. Also wir fangen an bei drei Blas, gehen dann zu vier Blas, zurück zu drei Blas, dann zum ersten Band in drei. Und dann enden wir kurz in zwei Blas, zwei Zug. Und dann gehen wir zu eins Zug, dann gehen wir in den letzten Band von zwei, also zwei doppelter Band, wenn euch das leichter fällt. Und dann wieder zu zwei Zug. Und dann companies clean glove und deinen Beitrag mit drei Blas. Und dann Bah such und lange lenken. Und dann gehen wir mit ein Blas, zwei bei drei Blasen und aus dem Arbeits 데� weugi neu vast. okay wie immer kann man dann damit natürlich rumspielen und sich die verrücktesten erweiterungen dafür ausdenken aber im prinzip war es eigentlich schon okay ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten mal haut wieder mal auf den like button und auch auf die abonnieren glocke ciao hi guys it's patrick i'm actually not quite sure what i'm gonna call this video afterwards because what it is is just another one of these standard blues leaks that aren't really something special but you seem to like them so the interesting thing about these licks is they can often be found in what i will call one chord songs because they are they don't have to be but they are in a lot of one chord songs now if you don't know what a one chord song seems to mean is all i'm saying is that there the chord doesn't change it stays on the same chord the whole time right if you have no idea how that sounds listen to muddy waters um i am i'm a man or mannish boy these are the ones that pop into my mind instantly i should ask my friend john morris to get his guitar and show what it means to do something on the guitar without changing the chord maybe he can explain that better than i can all right so the lick is okay so normally i would say we start off on the two draw right but in this case you know that the two draw and the three blow are the same note right and in this case it's actually one of this and one of the seldom cases where i would say start on the three blow because then you don't have to change the air direction because you go from the three the three blow to the four blow and then back to the three blow again and then to the three half step band and then you can actually stop at the to draw and then if you're there you go to the one draw and from the one draw to the two double band and then back to the two draw, right? Musik Okay, now like with every lick you can then go nuts with it and try the weirdest things with it. Okay, but this is pretty much it for today, right? Hope you liked it, if so, hit the like button and press the notification stuff and all and we will see each other in the next one, right? Bye! Bye!